Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video außerhalb der Reihe mal wieder, und zwar zu einem kleinen Technik-Tutorial in After Effects. Man sieht es schon, hier unten ist es offen, allerdings möchte ich euch kurz einmal das Ergebnis zeigen, auf das wir in diesem kleinen Tutorial hinaus wollen, sowohl gleich auch in After Effects, aber erst einmal die gerenderte Version. Und zwar wollen wir in diesem kleinen Tutorial, wie der Name euch sicherlich schon verraten hat, einen Laser-Effekt erzeugen. Bedeutet, dass die Schrift, in dem Fall Laser, einfach in diese Metalloberfläche eingraviert wird. Ja, und ich würde sagen, ich werde euch jetzt mal anfangen und euch mal zeigen, wie das Ganze geht. Kurz noch vorher als Anmerkung, es wird das Ganze auch als Download geben, der Download wird in der Beschreibung sein. Also das gesamte Projekt, sowie auch ein Rendering davon. Ja, falls man das nicht nachprogrammieren will oder nachprogrammieren kann, ja, bitte das Video dann trotzdem anschauen, damit man weiß, wie das Ganze funktioniert. Sonst, denke ich, wird man durch die ganze Sache nicht so wirklich ganz durchblicken. Vor allem, wenn man später die Schrift ändern will, könnte das etwas kompliziert werden. Ja, kommen wir erst mal zum Anfang. Hier das Ganze noch einmal in After Effects. Man sieht, es erzeugt hier einen sehr schönen Laser. Das funktioniert auch soweit. So, dann gehen wir mal auf Datei. Sagen Neu. In dem Fall mache ich ein neues Projekt. Ja, mal, 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 so, speichern. So, dann sagen wir Neu, äh, Quatsch, Komposition, neue Komposition. Dann nennen wir die ganze, die jetzt einfach mal Laser, äh, 1029 mal 1080. Je nachdem müsst ihr da halt was anderes einstellen. Ich mache das Ganze mal 20 Sekunden lang und sage OK. So, jetzt haben wir erst mal unsere Komposition in der gewünschten Auflösung und mit der gewünschten Länge. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir importieren erst mal das Bild hier, Metall, PNG. Das ist das Erste, was ich jetzt tue. Wie wir das erzeugen, werde ich eventuell in einem kleinen Zusammenschnitt hier ranfügen oder ein eigenes Story für so ein paar Hintergründe machen. Ihr könnt das auf jeden Fall auch runterladen, ist mit in dem, äh, mit in der Datei, äh, drin. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, äh, das wollte ich jetzt nicht nochmal neu machen. So, jetzt haben wir das hier, jetzt können wir das ein bisschen größer machen. Das war ursprünglich auf ein 1000, äh, auf ein 720p-Teil ausgelegt. Machen wir es halt mal auf, äh, ja, 1920, ist auch nicht schlimm. So, das, jetzt haben wir den Hintergrund schon mal. Das ist hier der, der raue Metallhintergrund. Wenn man da ran scrollt, merkt man, dass es auf einen kleinen Hintergrund ausgelegt war, aber egal. So, nun brauchen wir erstmal unseren Text. Ich würde sagen, der Text wird in diesem Fall einfach mal Tutorial sein. Äh, hier kann man auch den beliebigen Font auswählen. Ich lasse das einfach mal so, weil es sollte kein Font mit zu vielen Kanten und Ecken sein. Das sieht nicht gut aus. Ähm, beziehungsweise, also, er sollte möglichst gerade sein. Also, so ein, ach so, ähm, hier, so ein, so ein Gedöns oder so geht noch, aber, ja, das geht auch noch. Aber, ich finde jetzt gerade gar keins. Ähm, Handwriting war das, ne? Poor Richard, keine Ahnung. Irgendwas, was auf jeden Fall zu aufwendig ist, sollte man auf keinen Fall nehmen, äh, weil das sonst, äh, nur dazu führt, dass das Ganze viel zu lange dauert und auch nicht gut aussieht mit dem, upsala, mit dem, ähm, Laser am Ende. So, jetzt nehmen wir das Ganze, dann sagen wir mal, das soll bitte in die Mitte, das ist schon sehr gut. Gut, dann ziehen wir das Ganze noch was runter, positionieren das ungefähr in der Mitte. Wie man diesen, diesen Frame-Einsicht sieht, also, wie man den ganzen Frame angezeigt bekommt und die Mitte, etc., weiß ich selber noch nicht, muss ich mal bei Gelegenheit nachschauen, ist nämlich echt praktisch. Auf jeden Fall mit mittlerem Mausrad gedrückt halten kann man das dann bewegen, das heißt, ich kann ja auch näher rangehen und mit mittlerem Mausrad mich dann hier hin und her bewegen. Also mittleres Mausrad gedrückt halten natürlich, ne? So, ranscrollen geht, denke ich, ganz normal und so. So, jetzt haben wir hier erstmal unseren Text, das ist in dem Fall jetzt Tutorial, dann sagen wir erstmal hier, achso, ja, sagen wir erstmal hier mit Rechtsklick Maske aus Text erstellen. Das geht aber nur bei Adobe After Effects CS5 und höher, glaube ich. Ähm, so, ansonsten müsst ihr das per Hand machen, was ein bisschen nervig ist. So, jetzt habt ihr hier eure Maske, das andere wurde hier schon unsichtbar gemacht, das ist auch richtig so. Und weil wir das jetzt erstmal eine Zeit lang nicht brauchen, gehen wir hier drauf und dann da drauf und lassen das hier erstmal für kurze Zeit verschwinden in so einer Art Zwischenspeicher. So, the next thing to do is, wir sehen hier, jetzt haben wir hier verschiedene Trackpunkte, die praktisch benutzt werden, um zu sagen, wo die Eckpunkte dieser Maske sind. Und ja, jetzt haben wir diese Maske. So, die können wir jetzt nicht mehr bearbeiten, da können wir nichts mehr eintippen. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Man sieht hier, Kreise zum Beispiel sind viel aufwendiger als so Vierecke, deswegen eben möglichst eckig Schriftarten benutzen. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr eine Runde nehmen, aber wie gesagt, sieht auch nicht mehr gut aus, mal ab einem gewissen Grad. So, dann geht ihr auf Effekte und Vorgaben und gebt hier Kontur ein. Also, ich mach das Ganze hier nochmal, Kontur. Und dann findet ihr hier, wenn ihr runterscrollt, unter Generieren die Kontur 8 Bit. Und dann zieht ihr die auf eure Maske. So, dann klappt ihr das Ganze aus, dann geht ihr auf Effekte und dann seht ihr hier oben die Kontur. So, dann stellt ihr jetzt erstmal die Farbe, ja, so ein schönes Orange ein. So was hier, so, so, ja, so. Und dann macht ihr hier die Brush Size auf ungefähr 8, sieht, denke ich, gerade ganz gut aus. Kommt drauf an, wie groß der Text ist, also nein, das nicht. Wichtig, in Adobe Produkten, wenn ihr auf Deutsch habt, Komma eintippen. So, dann habt ihr hier die Farbe, man sieht, hier hat er jetzt schon eine Kontur gezeichnet, aber nur am T. Damit er das jetzt bei allen zeichnet, müssen wir hier erstmal alle Maske anhaken, dann haken, dann haben wir das schon mal. Dann klicke ich hier mal irgendwo ins Leere, damit er die nicht ausgewählt hat und dann sieht man, das Ding hat jetzt eine Kontur. So, wir wollen aber ja das Weiß in der Mitte nicht haben. Bedeutet, wir gehen hier drauf und sagen dann auf Transparent. Und schon haben wir nur die Kontur. So, das ist jetzt erstmal das, worauf wir hier jetzt demnächst, also im gesamten weiteren Tutorial aufbauen werden. So, und zwar machen wir dann weiter mit, ich glaube unter Raue kann man das finden, ja, man kann einfach Raue eingeben. Dann findet man unter Stilisieren, Kanten aufrauen, 8 Bit. Also die 8 Bit habe ich übrigens da, da ist die 8, das bedeutet, glaube ich, das ist die Anzahl in Bit, glaube ich, die das Ding einnimmt. Bin mir nicht sicher, aber ich meine. So, und jetzt sehen wir, wenn wir das dann auch auf unsere Maske draufziehen, dass die Kanten dann was runder werden und so ein bisschen hin und her wabern. Und das ist eigentlich schon relativ das, was wir wollen. Wir können hier jetzt noch an ganz vielen Parametern rumspielen, wenn wir das wollen. Hier Fraktaleinflüsse, Kantenglättung, Gedönse, aber das lasse ich einfach alles mal. Auf Standard, denke ich, denn für mich sieht das, äh, fuck, denn für mich sieht das alles schon eigentlich recht nice aus. Also damit könnte man jetzt zum Beispiel, äh, erniedrigen, dass das, also dass es weniger verzogen wird, aber das sieht eigentlich recht gut aus so. Finde ich, kann jeder für sich selbst entscheiden. So, dann haben wir jetzt schon mal so das Grundmuster. Was wir jetzt als nächstes tun müssen, ähm, ist, wir wollen ja hier das Ganze einlasern lassen. Das heißt, es muss ja nacheinander aufgebaut werden. Dazu mache ich mal Kanten aufrauen hier klein. Und dann sage ich hier bei der Timeline auf Null. Klicke hier einmal auf die Stoppuhr für Ende, um meinen Keyframe zu erzeugen und sage Null. So, bedeutet an diesem Punkt ist jetzt Null. Das heißt, es ist kein bisschen Kontur gezeichnet. Dann gehen wir jetzt beispielsweise auf, sagen wir mal, 8 Sekunden. Finde ich eine schöne Zeit. Und sagen dann 100. So, was jetzt passiert ist, er zeichnet nacheinander das alles hier. So, der zeichnet das aber noch ein bisschen komisch, denn er fängt zum Beispiel beim U, fängt er unten an, beim T und so. Das ist ein bisschen durcheinander. So, damit er das nicht tut, wählen wir hier unten die Maske aus natürlich und gehen dann hier hin. Und dann sehen wir hier diese Punkte, diese besonders hervorgehobenen, die Runden. Das sind die Startpunkte. So, damit er jetzt aber immer links und oben anfängt, wählen wir so einen Punkt dann aus, den wir als Startpunkt haben wollen, machen einen Rechtsklick, gehen auf Pfad für Maske und Formen und setzen hier ersten Scheitelpunkt festlegen. Man sieht, der ist weg und der ist dafür da. So, als nächstes machen wir das gleiche dann auch noch beim U. Sagen Pfade, Maske, Formen, erster Scheitelpunkt. Dann beim T auch noch. Beim O beginnen wir immer schön oben, das sieht nämlich besser aus. Auch innen, wichtig übrigens. Beim R beginnen wir hier, weil es der höchste Punkt ist. Hier beginnen wir da. Hier beginnen wir da. Da sind relativ Feinheiten jetzt vielleicht, mag das auf den einen so wirken, aber es bringt doch schon sehr viel für den Gesamteindruck später. So, und dann haben wir hier das. Und damit war es das auch schon. So, wenn wir jetzt das Ganze abspielen, sehen wir, er zeichnet das Ganze schon wesentlich flüssiger und schöner. Und das war ja auch das, was wir wollten in dem Fall. So, jetzt hätten wir das schon mal. Er baut das jetzt also nacheinander auf. So, damit das aber jetzt noch etwas besser aussieht, kopieren wir das Ganze einmal. Also wir kopieren es und fügen es praktisch nochmal ein einfach. Ich weiß nicht genau, wie das duplizieren, welcher Hotkey das war, deswegen mache ich es einfach so. Jetzt haben wir das Ganze zweimal. So, da können wir auch wieder einhaken. Es verändert sich nicht wirklich viel, außer dass er ein bisschen länger zum Aufbauen braucht, weil er jetzt zwei aufbauen muss. Jetzt verändern wir allerdings bei, also wir benennen erstmal das eine um. Sagen hier Kontur innen und hier mal Kontur außen. Kontur außen. So, jetzt haben wir die beiden. Die Kontur innen wählen wir jetzt aus und ändern hier die Farbe auf ein helles Gelb. So ungefähr. Und nehmen jetzt die Brush Size auf ungefähr 4. Was jetzt passiert, ist das. Wir sehen, wenn wir das mal wegklicken, hier sind überall so kleine Schwämmchen drin. So, das kann man jetzt sehr gut benutzen, um beim Laser so eine Art Hitzefleck zu erzeugen. So, bis jetzt ist das aber überall. Das heißt, aber so ein Glühen, also so ein Hitze-Effekt nimmt ja meistens recht schnell wieder ab. Was wiederum bedeutet, dass wir das Ganze praktisch als sich verfolgende Spur machen müssen. Um jetzt zu erreichen, dass dieser Hitzefleck immer wieder direkt hinter dem Laser später abglimmt, wählen wir wieder Kontur innen aus. Wählen den Anfangspunkt aus und klicken auf die Stoppuhr, ganz am Anfang der Komposition logischerweise. Und bei 8 Sekunden wählen wir wieder 100% aus. So, was jetzt passiert, ist, wir haben das gar nicht mehr. Es ist weg. So, damit das aber nicht passiert, damit Ende und Anfang nicht gleich sind, wählen wir, also klicken hier auf Kontur und drücken U auf der Tastatur. Und damit haben wir hier die Keyframes angezeigt. Jetzt wählen wir über linke Maustaste halten und ziehen beide Keyframes auf einmal aus. Und ziehen die so ein bisschen nach hier so. Was jetzt wiederum passiert, ist, wenn wir das mal abwählen, damit das so schön aussieht, man sieht, der Hitzefleck verfliegt wieder. Das ist jetzt allerdings noch ein bisschen zu viel Hitze, obwohl eigentlich kann man das so fast lassen. Sieht eigentlich schon recht nett aus jetzt. Man sieht also, da wo der Laser praktisch gerade im Moment ist oder sein soll und kurz danach, da hat man so einen Hitzeanstieg, dadurch, dass das Ganze heller wird. Das war ja das, was wir erreichen wollten. So, jetzt können wir das Ganze wieder einklappen erst mal. So, was wir nun als nächstes brauchen wäre, wir haben jetzt das soweit fertig. Ach so, genau. Was wir noch brauchen, ist nämlich ein Glow. Bedeutet, wir geben hier ein Glühen. Nein? Was war da nochmal? Glüh, gleiten, glimmern. Dann muss ich gerade mal selber kurz mit einem anderen Projekt spicken. Wie hieß denn das Ganze nochmal? Es hieß nicht Glühen, es hieß Strahlen war später. Glow bringt auch nichts, ne? Nee, scheiße. Bei GL finden wir auch nichts. Es war unter Stilisieren, das weiß ich. Okay, dann geben wir einfach mal nichts ein und suchen das mal so. Gehen unter Stilisieren. Leuchten, natürlich, ich Idiot. Das ist eine 32-Bit-Anwendung, weil es ein Licht ist. Und das ziehen wir jetzt auf außen und auch auf innen. Ja, und auch auf innen drauf. Und jetzt sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Was wir jetzt noch tun, ist bei beiden, also man kann das Ganze natürlich wesentlich intelligenter machen und den Effekt draufballern, bevor man das Ganze kopiert. Allerdings hat das jetzt auch keine Auswirkungen. So macht man das zweimal, mein Gott. Jetzt kann man eigentlich mit gedrückter Shift-Taste beide auswählen. Und dann unter Leuchten hier den Radius auf 40 erhöhen. Und schon hat man, was man will. Nämlich ein schön leuchtendes Tutorial. So, jetzt klappe ich hier oben mal wieder alles ein, was ich nicht brauche. Konturen brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt haben wir das so erst mal. So, wenn man sich das Ganze jetzt mal in der RAM-Vorschau anschaut, hier mit Play, dann sieht man schon, es baut sich auf. Es dauert gerade etwas länger, weil der gerade Einzelbilder rendert, weil es relativ aufwendig ist scheinbar. Jo, und man sieht, es entsteht eigentlich genau das, was wir haben wollen. Nur, jetzt fehlt natürlich noch der Laser. So, um den jetzt haben zu können, createn wir hier unten oder erstellen wir eine neue Farbfläche. Nennen die einfach mal Laserbeam oder Laserstrahl. Keine Ahnung, Laserstrahl ist, glaube ich, besser. Wir sind ja hier deutsch. Deutsch! So, und darauf ziehen wir jetzt hier den Strahl... Strahl? Strahl. Generieren, unter generieren, 32 Bit Anwendung Strahl. Ziehen wir auf diese neue Farbfläche. Und wir sehen, die Farbe ist weg und da ist nur noch dieser Laserstrahl. So, um jetzt zu erreichen, dass das Ganze ein Laserstrahl wird, nehmen wir die Länge erst mal auf 100% und setzen den Anfangspunkt irgendwo hier. So. Der Endpunkt ist jetzt erst mal egal, um den kümmern wir uns später. So, jetzt haben wir den Laser erst mal so. Jetzt müssen wir noch ein bisschen an den Einstellungen rumspielen. Und zwar sage ich mal Anfangsbreite ein bisschen höher. So, um die... Machen wir mal 45. So, und die Endbreite machen wir auch mal auf... Ja, so um die 10, würde ich sagen. 10. So. Ja, Glättung kann man jetzt noch ein bisschen rumspielen. Ist aber eigentlich recht egal. Ich würde es einfach gerade auf 50 lassen. Das sieht eigentlich recht gut aus. So. Jetzt wollen wir aber keinen pinken Strahl. Jetzt wollen wir ja einen schönen, richtigen Laserstrahl. Dazu gehen wir hier auf die Farbe natürlich. Auf die erste Innenfarbe erst mal. Gehen dann hier irgendwo runter und sagen dann, Okay, nehmen wir mal so ein bisschen heller darf das schon. So ein gelb. So ein schönes. Und bei Rot nehmen wir dann etwas dunkleres Rot. Ungefähr so. Und schon haben wir unseren Laser. So, 3D-Perspektive ist alles richtig. So, jetzt hätten wir unseren Laser. Allerdings ist der jetzt einfach erst mal nur da. Da passiert ja jetzt nicht rechtlich viel. So. Um jetzt hinzubekommen, dass der Laser dieser Kontur folgt, klicken wir einmal hier drauf und bekommen unseren Tutorial-Text wieder. Wo wir jetzt wieder auf Maske aus Text erstellen gehen. Und die dann gleich auch umbenennen in Laser Tracker. So, dann können wir die hier wieder wegblenden. Dann haben wir jetzt eine weitere Maske. So. Da ziehen wir wiederum einen Kontureffekt drauf. Ja, 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 bla, 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 kontur. So. Zack. Die lassen wir weiß. Die Brush Size können wir auch alles so lassen. Wir müssen hier nur auf Transparent gehen. Und hier auf Alle Masken. So, mir ist gerade aufgefallen. Wir sollen sie doch etwas erhöhen. Auf 4, sagen wir mal. So, jetzt haben wir die Brush Size auf 4. Jetzt setzen wir wieder einen Endpunkt natürlich. Also einen Keyframe für das Ende. Hier wieder am Anfang auf 0 und wieder bei 8 auf 100%. So, was wir jetzt erstmal noch machen müssen, ist erstmal alles andere ausblenden. Und dann gucken wir hier nochmal. Denn wenn wir die Maske auswählen, müssen wir jetzt hier wieder exakt die gleichen Anfangspunkte bestimmen wie zuvor. Meint dann so viel wie, dass das eben alles auf das gleiche ist. Und nicht irgendwas komisches. Weil sonst, das hier ist jetzt der Tracker für den Laser. Das heißt, dieser Ebene wird erfolgen. Und wenn die nicht genauso ist, wie die Ebene, die wir gerade eben erstellt haben, dann ist das logischerweise nicht so geil. So. Ich hoffe, das war jetzt gerade richtig, dass ich den noch ausgewählt habe. Ich bin mir nicht sicher. Das ist nicht gut. Naja, wird schon irgendwie passen. So. Hier hatten wir auch noch einen. Das war, glaube ich, der. Ich hoffe doch mal. Und der hier. So, wenn es jetzt gleich nicht ganz passt, ist es ein bisschen scheiße. Aber dann müssen wir dann drüber stehen. So. Hätten wir das soweit. Und ich gucke lieber jetzt doch noch mal. Kontur innen. Mal einblenden. Auswählen. Da, 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 da. Da, da, da. Perfekt. Jawohl. Ich würde sagen, das passt soweit. So. Jetzt haben wir hier unser Tutorial wieder. Was wir jetzt mit dem Tutorial machen, ist, wir klappen es hier unten einmal aus, gehen auf Effekte, Kontur und setzen hier an den Anfang wieder ein Keyframe für Anfang. Dann halten wir die Alt-Taste gedrückt und klicken hier vorne auf die Stoppuhr. Hier steht schon Alt-Taste plus klicken, Expression hinzufügen. Dann erstellt er hier unten so ein kleines Ding. Jetzt wählen wir hier diese Schnur aus und tracken die mit dem Ende zusammen. Und schreiben dann dahinter noch Minus 0.05. So. Was das jetzt zur Auswirkung hat, werdet ihr gleich sehen. Man sieht, hier ist ein kleiner Punkt, der sich im Schwarzen bewegt. Und zwar macht er genau die Bewegung, die auch später der Laserstrahl machen soll. So. Der ist jetzt etwas klein, aber das macht eigentlich gar nichts. Das ist gerade egal. Denn es ist ein schwarzer Punkt, äh, ein weißer Punkt auf schwarzem Grund. Das reimt sich auch noch. So, jetzt wählen wir hier unten Tracker aus. Wenn ihr das Fenster nicht habt, geht ihr hier oben auf Fenster. Und dann hier den Tracker einmal, ne? Aktivieren. Einmal draufklicken auf Tracker. Dann habt ihr das Fenster hier unten auch. So. Damit der Tracker funktioniert, müsst ihr aber hier erst, äh, wie war nochmal die Schattenkombination? Control-C? Ne, war es nicht. Ähm, was habe ich jetzt getan? Ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Ich hoffe, nichts Böses. Ah, es war doch böse. So. Ähm, Control-C, war es nicht. Ist egal. Ihr macht einen Rechtsklick und hier auf Unterkomposition erstellen. Es gab auch einen Hutkey dafür. Den kannte ich auch mal, aber kenne ich jetzt nicht mehr. So. Den nennen wir Laser Tracker. Äh, wir nennen ihn Laser Tracker. Ja. So, Laser Tracker. Zack. Jetzt haben wir hier den Laser Tracker als Komposition, als Unterkomposition. Und jetzt können wir den nämlich hier auswählen. Jetzt wählen wir das aus. Aktueller Tracker ist logischerweise ohne. Klicken dann einmal da rein und sagen Bewegung verfolgen. Jetzt bekommen wir hier so einen kleinen Tracker-Punkt. Jetzt müssen wir hier erstmal den Arbeitsbereich etwas verkleinern, bis wir hier auf Frame-Ebene sind. Und dann sagen, okay, einen Frame vorwärts, damit der hier überhaupt angezeigt wird, der kleine Punkt. Und dann nehmen wir dieses... Nein. Dann nehmen wir dieses Ding... Nein, falsch. In die Mitte klicken und gedrückt halten. Und dann können wir hier, das wird schon vergrößert, das Ganze erstmal in die Mitte ungefähr setzen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen näher. Können wir das Ganze noch ein bisschen optimieren. So. Und jetzt ist aber wichtig, dass... Erstmal dieses Dingens hier, das ist eigentlich gerade egal. Ah, nee, das ist... Ah, Quatsch. Das sollte ich da besser lassen. Das lasst ihr besser da, weil das ist der Ankerpunkt für die Komposition. Sonst sieht das nachher was komisch aus. Ist aber im Endeffekt egal. Damit er jetzt aber auch sämtliche Punkte nachher diesen Punkt auch wiederfinden kann, muss man das etwas vergrößern, dieses Feld, in dem er sucht. Weil sonst bekommt er die Sprünge nicht hin. Dann klickt er einmal daneben, wenn ihr das vergrößert habt, und zieht das noch was hier nach rechts, weil er von links nach rechts schreiben soll. So, und jetzt klickt er nur noch auf, hier unten auf Play bei Analyse und startet das Ganze. So, ihr werdet jetzt sehen, jetzt bewegt sich dieses Teil hier nach und nach. Und erzeugt dabei, wenn es gerade nicht stehen bleibt, hier immer so kleine Punkte. Bei jedem Frame speichert er jetzt ein, wo befindet sich dieses kleine Pünktchen. So, das lasse ich jetzt kurz durchlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Teil durch ist. Denn das kann wegen dem großen Suchradius doch schon mal ein paar Minütchen dauern und damit möchte ich euch jetzt nicht belasten. Bis gleich nach der Blende, tschüss! Und damit auch schon herzlich willkommen zurück. Es hat tatsächlich nur eine Minute bis zwei gedauert, aber egal, es hätte auch länger dauern können. So, wir haben jetzt hier unseren Motion Tracker, der jetzt hier einen schwarzen Punkt hat. Das bedeutet, er bewegt sich so immer schön da lang, wo er soll. Also er hat sehr, sehr viele Motion Track Punkte, wenn wir in der Ranzoom sehen wir das auch. So, und das ist ja genau das, was wir wollen. Ich habe jetzt leider ein bisschen zu spät gestoppt. Man muss ihn nämlich stoppen, wenn man hier auf automatisch analysieren geht. Ähm, ansonsten macht er einfach immer weiter. Das ist dann auch nicht so nice. Aber ist egal. So, ist aber auch nicht weiter schlimm. Äh, lieber ein bisschen zu weit als zu kurz. So. Jetzt, äh, weiter im Geschäft. Ich bin gerade etwa draus. Ähm, wo waren wir? Genau, wir wollten den Laserstrahl erzeugen. So, den Laserstrahl können wir jetzt wieder einblenden. Einblenden erst mal. Da wir jetzt den Tracker haben. Jetzt sehen wir hier wieder den Strahl. So, jetzt gehen wir hier auf den Laserstrahl. Sagen hier Laserstrahl. Effekt Strahl. So, und jetzt sagen wir Endpunkt. Sagen Tracken. Und sagen dann wieder mit gedrückter Alt-Taste Expression. Benutzen dieses Zieh-Ding wieder. Ziehen es etwas weiter nach... Ach, Quatsch. Erst mal sollten wir dazu den Motion Tracker ausklappen. Tracker 1 ausklappen. Track Punkt 1. Und dann den Feature Zentrum. Äh, das Feature Zentrum. Dann nehmen wir hier unten das. Und gehen da auf Feature Zentrum. Tracken die beiden zusammen. So, und was wir nun sehen ist das. Und das ist ja genau das, was wir haben wollen. Ähm, blenden wir jetzt nämlich nochmal... Ich mach die beiden Dinger immer wieder klein. Blenden wir dann nämlich jetzt nochmal wieder alles ein. Haben wir hier dieses hier. Und das ist ja eigentlich auch schon das, was wir haben wollen. So, er fängt an. Zeichnet das alles schön. Und jetzt muss er nur noch am Ende. Das heißt kurz nach 8 muss er jetzt noch wieder despawnen. Der Laser. Das machen wir, indem wir hier kurz nach 8. Irgendwann hier so nach Sekunde 8. Bei euch kann das natürlich was anderes sein. Also kurz nach Ende. Geht ihr auf den Laserstrahl. Kleinen das alles einklappen. Sagen transformieren. Deckkraft. Keyframe. Und dann ein bisschen weiter. Je nachdem wie lange ihr das Ding ausblenden lassen wollt. Ich mach das mal so. Sagt ihr dann 0%. Dann habt ihr hier so einen leichten Fade. Dass der Laser eben angeht. Und eben ausgeht dann. Weil, ne. Der muss ja auch ausgehen. So, wenn ihr jetzt aber noch diesen netten Effekt. Wir hatten ihn, ähm, dass das Ganze am Ende ausbleicht praktisch und abkühlt. Äh, sagen wir jetzt mal 9. Und dann gehen wir einfach auf Kontur außen. Gehen auf Kontur und machen einen Keyframe für die Farbe. Gehen jetzt, machen wir mal zwei Sekunden weiter. Und verändern die in ein sehr, sehr dunkles Orange. So, jetzt sehen wir das Ganze schon so. Was mir gerade auffällt, ist, dass ich einen kleinen Schritt vergessen hatte. Der für die Schönheit auch noch beiträgt. Das mache ich jetzt, füge ich jetzt gleich noch hinzu. Eine Sekunde. Jetzt haben wir hier ihn hier. Jetzt bleicht er ein bisschen aus. Und wird langsam dunkler, bis er letztendlich hier ankommt. Das sieht jetzt noch ein bisschen kackgelb aus. Äh, ist aber eigentlich recht richtig so. So, also. Denn, was ich vergessen hatte natürlich, ist, wir wählen die beiden wieder mit Shift aus. Gehen auf Füllmethode und, äh, ne, gehen auf, ähm, Ebenenstil. Und gehen auf abgeflachte Kanten und Relief. So, jetzt haben wir das Ganze hier nach außen. Das wollen wir aber natürlich nicht. Deswegen gehen wir hier auf abgeflachte Kanten und Relief drauf. Auf, beziehungsweise machen wir das da oben, weil das hier unten immer ein bisschen nervt, wenn das alles ausgeklappt ist. So, wählen wieder beide aus mit Shift-Taste. Gehen auf, äh, hier unten auf Konten und Relief. Hallo? Ach so, okay, ist ein Ebenenstil, können wir also so nicht machen. Machen wir es halt wieder so. Abgeflachte Kanten und Relief. Und dann sehen wir hier Richtung. Da sagen wir ab. Dann geht das Ganze nach innen. Und Größe, sagen wir mal, äh, 10 würde ich sagen, ne? 10. So, das sieht eigentlich recht nice aus. Jetzt haben wir das direkt bei beiden geändert. Das ist gut. Und damit ist der Laser eigentlich soweit auch schon fertig. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal anschauen wollen, sieht das Ganze so aus. Er rendert jetzt relativ langsam, weil es eben viel, ähm, viele Effekte drauf sind. Ähm, und ich glaube, ich habe GPU-Beschleunigung wieder vergessen anzumachen, aber hey. Okay, so, und jetzt können wir das Ganze dann noch rendern, wenn wir das wollen. Dazu gehen wir oben auf Datei. Ah, Datei. Malta-Datei. So, exportieren und sagen dann an die Renderliste anfügen. Dann haben wir das hier. Und dann klicken wir hier nur noch auf Rendern. Und dann rendert er das auch flüssig durch, denn da ist GPU-Beschleunigung scheinbar aktiviert, wie es aussieht. So. Dauert jetzt allerdings auch ein klein wenig. Und ich würde sagen, damit war es das mit dem Tutorial auch. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wie gesagt, Download-Link für das gesamte Projekt in, äh, Vollendung im Endeffekt. Äh, in der Beschreibung. Äh, genauso wie auch im, also es gibt nur einen Link. In diesem Link ist das Projekt. Sowie auch, äh, nur das, ähm, nur das aufgeraute Metall im Hintergrund, also der Hintergrund drin. Das bedeutet, entweder ihr programmiert das komplett selber nach. Äh, programmieren, äh, ihr stellt das komplett selber nach. Oder, äh, wenn ihr euch etwas leichter machen wollt, nehmt ihr die vorgefertigten Sachen und tauscht im Endeffekt dann nur die Masken aus. Was aber bei der Stelle zu beachten ist, ist, ihr müsst die Masken wirklich komplett austauschen. Das bedeutet, ihr könnt die Masken ja nicht bearbeiten. Von daher, denke ich, müsst ihr das eigentlich sowieso relativ neu machen. Von daher, ja. Also, wie gesagt, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und, ähm, wenn ich sowas häufiger machen soll, äh, schreibt es mal in die Kommentare. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt auch bitte einen Daumen hoch und eventuell ein Abo dalassen, denn es gibt viele andere spannende Videos noch auf meinem Kanal, die ihr ebenfalls entdecken könnt. Und, äh, ja, entdecken könnt, so eine Scheiße, äh, die ihr euch auch angucken könnt. Und, äh, ja, und in diesem Sinne sage ich Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und, äh, ja, und in diesem Sinne sage ich Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.